Es ist dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Fronau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Martsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Es bleiben im Raum, Keitel, Jodl, Krebs und Burgdorf. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiner ist ein Befehl! Wer schickt Sie? Dass Sie es wagen, Sie meinen Befehl zu widersetzen! Oh, meint ich das also, Decker? Der Militär hat mit Belogen! Jeder hat mit Belogen, sogar die SS! Die gesamte Generalität ist nichts weiter als ein Haufen niederzurechtiger Treue unserer Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verbieten... Die Stadt Feiglinge! Verreißer, Verzahler! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität ist das Geschmacks des deutschen Volkes! Sie ist ohne Ehre! Sie nennt sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademie in Zucker gebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messer und Klammeln hält! Jahrelang hat das Militärmeld Aktionen nur behindert! Es hat mich jeden nur als Wettbewerb... Widerstand! Ich habe mich geleckt! Ich hätte gut daran getan, um jahrelang alle hohen Offiziere liquidieren zu lassen wie Stalin! Ich war nie auf einer Akademie! Und doch habe ich allein, allein auf mich gestellt, ganzer Rapper erobert! Verräter! Von allem Anfang an bin ich so verraten und betrogen worden! Es wurde ein ungeheuerer Verrat geübt am deutschen Volke! Aber alle diese Verräter werden bezahlen! Mit ihrem eigenen Blut wird sie bezahlen! Sie wird das Zaufe in ihrem eigenen Blut! Bitte gerne! Jetzt beruhig dich doch! Meine Befehle sind in den Wind gesprochen. Es ist unmöglich, unter diesen Umständen zu führen. Es ist aus! Der Krieg ist verloren! Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich deswegen bei Ihnen verlasse, er, wenn Sie sich der Wald ist, er jagt mich wie eine Kugel durch den Kopf! als ich mit dem Kopf habe, ist das immer hofft. ? Vielen Dank.